Der Rechtsstreit zwischen Epic Games, Google und Apple geht in die nächste Runde. Epic Games hat in Großbritannien eine Klage eingereicht, in der den beiden Tech-Unternehmen vorgeworfen wird, ihre marktbeherrschende Stellung auszunutzen. Dadurch würden sowohl im Vereinigten Königreich als auch in der EU Vereinbarungen gebrochen werden, die für einen fairen Wettbewerb am Markt sorgen sollen. Die Klagen wurden bereits im Dezember eingereicht, doch erst jetzt publik gemacht. Epic will auf diese Weise erreichen, dass die Fortnite-App wieder in den offiziellen Stores von iPhone und iPad sowie im Play Store von Android-Geräten angeboten wird. Auslöser der gerichtlichen Streitigkeiten war eine Entscheidung Epics im August vergangenen Jahres, bei Bezahlinhalten für Fortnite die jeweiligen Stores von Apple und Google zu umgehen. Das widerspricht den Regeln der Hersteller. Epic will nach eigener Aussage dadurch bewirken, dass die als zu hoch angesehene Beteiligung der Store-Betreiber in Höhe von 30% gesenkt wird, auch bei anderen App-Anbietern. Der primäre in den Vereinigten Staaten ausgetragene Prozess zwischen den Unternehmen wird voraussichtlich im Mai stattfinden. Es wird vermutet, dass die Entscheidung der Gerichte auch Auswirkungen auf die Stores von PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Co. haben wird, da die Hersteller mit ähnlichen Regeln für Spiele und App-Anbieter arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.